Brechen und sieben auf einer Anlage? Rockstar macht's möglich. Der R1100DS Prallbrecher bricht nicht nur 400 Tonnen Gestein pro Stunde, sondern kann auch mit einem Siebsystem ergänzt werden. Das erhöht nicht nur die Auslastung der Maschine, sondern spart auch Kosten für eine separate Siebanlage. Die Weiterentwicklung hat stattgefunden, einerseits in der Bedienung, es ist ein komplett neues Bediensystem. Die Anlage lässt sich einfach auf Knopfdruck vollautomatisch hochfahren. Es gibt eine vollhydraulische Spaltverstellung und es ist eine Weltneuheit, das ist das doppelfunktionale Retourband, wo das Überkorn, welches aus der Sipbox kommt, einerseits als Haltenband verwendet werden kann und andererseits als geschlossener Kreislauf, als Brechsystem verwendet werden kann. Die R1100DS ist natürlich auch duplexfähig, das heißt, man kann auf einer Grundmaschine zwei verschiedene Brechtechniken vereinen, das heißt, einen Prallbrecher oder einen Backenbrecher auf die Grundmaschine aufbauen und damit praktisch ein breites Anwendungsfeld abdecken. Bei der Motorisierung orientieren wir uns nach den Wünschen des Kunden. Wir können die Anlage mit Cat-Motoren ausstatten, wir können die Anlage mit Volvo-Motoren ausstatten, je nachdem, welche Abgasstufe gewünscht ist. Bauforum 24 TV Construction in Motion Oil 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 飯